Ja, das ist, wie gesagt, Time wird jetzt gleich losgehen. Das ist Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Any Percent No New Game Plus. Und der einzige Grund, warum wir New Game Plus spielen, ist, dass wir ein bestimmtes Setup nicht machen müssen. Und das würde etwa 10 Minuten dauern, deswegen spielen wir halt New Game Plus, weil das wäre doch relativ langweilig. Ich werde auch gleich erklären, was das genau ist, weil das ist relevant für den Run. Ganz wichtig, Taitai, hast du dieses Spiel gespielt? Ja, habe ich. Hast du es jeweils durchgespielt? Nein, habe ich nicht, ich war zu scheiße. Okay, dann bin ich beruhigt, ich habe es nämlich auch nie geschafft, bei der Top 6 nachher durchzukommen. Das Spiel zieht mir ja nachher auch sowas von an, das ist so übel. Ja, gerade weil man eben die letzten 6, 7 Gegner nachher nicht mehr speichern kann zwischendurch. Und das ist gnadenlos, das Spiel, es ist einfach gnadenlos. Ich hätte noch ein paar Infos von speedruns.com, wenn ich das gerade noch einbringen kann. Klar, heraus. Alles klar, also unseren sehr verehrten Runner hier, den Mergy. Ein deutscher Rüberwerk? Mergy, genau, ist ein deutscher, ist auf Platz 1 in dieser Kategorie mit 38 Minuten und 22 Sekunden. Und der Zweiplatzierte, der ist nicht weit weg, der ist nur 12 Sekunden, wir sind nur vom Erstplatzierten weg. Also das Game ist hart und kämpft, wie man gerade merkt, laut speedruns.com. Also wir können uns auf was einstellen. Ja, vor allem, Mergy ist übrigens auch einer der beiden Verrückten, die dieses Spiel zu 100% gespielt haben, mit 96 Stunden. Wow. Ja, der andere ist Xeha, das ist der andere Deutsche, der eigentlich hätte mitkommentieren sollen heute, aber dank ESA muss der jetzt leider um die Uhrzeit schon arbeiten. Aber wir schauen mal, ob wir das auch ohnehin hinkriegen. Wieder mal wie alle Dinge. Das ganze Spiel ist eigentlich eine ganz schöne Story, und zwar, es gibt halt bestimmte Geschichtenteile, wir wurden quasi in Ägypten, und dann geht es halt weiter quasi mit dem Turnier, dann gehen wir wieder zurück nach Ägypten, und es geht dann auch um die Millenniumsgegenstände. Also wer den Anime kennt, der ist schon recht angelehnt daran. Wer den Anime kennt, der weiß auch, wie das Kampfsystem hier funktioniert. Ja, im Prinzip schon. Wichtig ist hier nur beim Spiel, man darf jeweils pro Zug nur eine einzige Karte legen, und man kann alles fusionieren, was man an Monstern hat, ohne spezielle Fusionskarten. Es geht wirklich alles. Man kann auch ein bisschen Trial and Error machen dabei. Das sind eigentlich die größten Änderungen. Okay, also ein bisschen Hardcore Modus nennen wir es jetzt mal. Ja, das Witzige, ich muss das jetzt erklären. Und zwar geht es darum, dass wir mit einem sehr, sehr op-en Deck spielen, was man vielleicht, was man dann auch gleich sehen wird. Das Ganze funktioniert durch die sogenannte Pocket Station, die Merge nutzt. Die Pocket Station ist ein kleines Gerät, das nur in Japan erschienen ist, und damit stellt er sein Deck zusammen. Und zwar dieses OP-Deck. Man kann quasi mit diesem, man kann die Pocket Station mit seiner Fernbedienung quasi verbinden, und über, man kann quasi diese Remote Communication Option da benutzen. Und mit bestimmten Signalen und Codes kann man von der Pocket Station mit der Fernbedienung quasi die Codes eingeben. Und damit jede Karte ins Spiel reinbringen, die man möchte, und das ist quasi, diese Deck-Zusammenstellung sieht man in Any% immer. Das heißt, das ist halt diese 10 Minuten, die wir haben, die wir nur Setup machen, in die er halt einfach sein Deck zusammenstellt und Codes eingibt. Und deswegen haben wir das jetzt hier nicht, weil das ist halt New Game Plus, und er hat das quasi schon gemacht. Also er hat jetzt dieses ultra-krasse Deck sich zusammengestellt, und ja, es gibt, er hat auch wenig Zauberkarten, er hat vor allem Monster, und die sind mega stark, er muss auch fast nichts mehr fusionieren. Ja, und hat dann eben wirklich diese, die ultra-stärksten Karten im Spiel, deswegen schafft er es auch meistens, seine Gegner mit zwei Zügen, ja, zu besiegen, obwohl die, wie das halt im Manga, glaube ich, auch. Und, oder generell in den Spielen halt, es üblich ist, dass man 8000 Punkte hat, und nicht nur 2000, wie er ganz am Anfang, äh, bei mir ist es ein sehr guter Beispiel, und dann nachher 4000, aber im Spiel sind es eigentlich immer 8000, soweit ich weiß. In der Anime-Serie war das so, das ist soweit korrekt, es gibt noch eine PC-Version, da hat auch jemand geschrieben, da ist die, äh, die Grafik hier ist besser, wie die von der PC-Version, das ist wirklich so. Also, äh, und da hatte man auch 8000. Hat sich irgendwie bei den Spielen von Yu-Gi-Oh! so etabliert, mit den 8000 Lebenspunkten. Ja, das, äh, ich kenne das halt auch von den, von den Spielen halt. By the way, wusste ich gar nicht, dass das auch für den PC gab. Ja, das ist aber, es hat aber keinen anstrengenden Story-Modus gehabt, muss man jetzt so zusagen. Äh, bei der PC-Version ist das Ganze, ich will mal sagen, hardcore anders abgelaufen. Bei der PC-Version war es wirklich so, äh, du hattest am Anfang ein paar Standard-Karten freigeschaltet und, äh, musstest dann mit Yu-Gi, äh, Duelle bestreiten gegen, äh, 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 war nicht gegen Kai, war bei der ersten Person, was so ein Wappen müsste, ist, Joey gewesen sein. Oh Gott, das ist schon sehr lange her. Ja, auf jeden Fall ist es da so, du hattest nun, äh, begrenzte Karten zur Verfügung, Standard-Deck, und bist dann hingegangen und hast, äh, dir die ganzen anderen Karten freigespielt, äh, aber es hat halt keinen vernünftigen Story-Modus, also, das hier ist Gold dagegen, das kannst du wirklich so sagen. Ja, das, es hat ja, es hat ja auch, ähm, eine Story hier. Und eigentlich ist es ja genauso, wie du sagst, dass man halt jeweils Karten sich erspielen kann, und es ist tatsächlich, ähm, ich hab, ich hab ein bisschen recherchiert, um zu gucken, ob man die Karten auch ohne das, ähm, ohne die Pocket Station tatsächlich kriegen kann. Und es spalten sich halt ein bisschen die, ähm, die Meinung, was das angeht, weil viele sagen, es ist unmöglich, das auf casual Weg zu machen, weil die, der Kartendrop der Gegner, äh, für die besonderen Karten ist halt super gering. Und da muss man halt ein Gegnern wie 400 Mal besiegen, dass, und, dass man halt eine kleine Chance hat, überhaupt mal irgendeine seltene Karte zu kriegen. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich weiß, ich weiß nicht, ob man, ob man das Spiel komplett auf 100 Prozent spielen kann, ohne Pocket Station. Äh, ich bezweifle nicht. Wie gesagt, ich hab's nicht mal, nicht mal durch den normalen Story-Modus geschafft. Wie gesagt, am, am Ende wird es halt echt hart, das Spiel. Was halt bei der PC wäre, so ein sehr cool war, die war eins zu eins, wie die Regeln in dem Anime von Yu-Gi-Oh! Heißt also mit, äh, Monster-Opfern für Monster mit so und so viel Sternen. Zum Beispiel, der haut hier ja einfach mal den Torwächter raus, beziehungsweise fusioniert ihn einfach ohne, äh, eine Fusionskarte, haut der einfach mal den fusionierten Torwächter raus. Das wäre in dem PC-Spiel nicht möglich gewesen. Das PC-Spiel, das war das Tolle an dem PC-Spiel. Das war wirklich so, wie die Regeln, wie man sie aus dem Anime kennt. Und das war halt dafür wiederum der Vorteil an der Version, sagen wir mal. Ähm, mit dem Deck ist das doch easy-mode. Gibt's da noch irgendwie die Herausforderung? Ähm, hier tatsächlich nicht. Nein. Ähm, also bei den Karten, die er hier hat, wie gesagt, Torwächter, äh, Dreiköpfiger, Drache mit eiskalbem Blick, also, nein, da hat er nicht mehr viele Probleme in dem Game. Besonders weil er nix opfern muss oder so, er kann's einfach hier, hier bitteschön, nimm. Und, ähm, ja, warum er keine Monster opfern muss, ist es halt einfach vom Spiel nicht so vorgesehen, dass man dafür Monster opfern muss, sondern man kann die Karten halt einfach fusionieren. Und wenn man das, äh, casual spielt, glaub mir, du fusionierst auch wirklich alles. Du versuchst irgendwie, an halbwegs starke Monster zu kommen, weil du beginnst halt mit so einem, ja, Noob-Deck. Und dann muss man sich eben das erstmal verdienen, dass man gute Karten hat. Ja, das kennt man, also, ja, das kennt man auch aus der PC-Version. Das war so hart, du bist am Anfang halt jedes Mal weggenatzt worden. Dann musstest du erstmal zwei Stunden oder drei Stunden, besser gesagt, spielen, bis du, äh, da irgendwie einen Plan hattest. Und du hast trotzdem, von zehn Spielen hast du immer noch acht verloren. Und dann sollst du dir die guten Karten zusammen raffen, das war so übel. Irgendwann kam aber für die PC-Version ein, äh, 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 wir nennen wir uns mal Safe Fight Corruption raus. Du hast einfach, äh, die Requestry hast du einfach, also es gab eine Requestry-Datei, die hast du ausgeführt, dann hast du eine bestimmte Echse, äh, überschrieben. Und dann hattest du alle Karten im Game. Weil den Leuten ging das halt so granadenmäßig auf den Nerv. Kann ich gar nicht verstehen. Nein, ich auch nicht. Überhaupt nicht. Und wie gesagt, also die PC-Version, die war wirklich so, die war wirklich wie im Anime, sprich also, zu fusionieren baust du eine Fusionskarte, äh, für Monster mit vielen Sternen musst du andere Monster opfern und so weiter. Das fand ich auch bei den, bei den Game Boy-Spielen schon recht hart, weil da hatte man auch, auch immer super schlechte, ähm, Karten im wahrsten Sinne des Watchers. Man musste halt auch immer Haufen Monster opfern und du konntest nicht, gefühlt nichts so aufrufen. Ja, das war so was von übel. Das ist übrigens, ähm, Merchewind ist vor allem immer, ähm, Raigeki. Das ist eine der, der fallen, nein, Zauberkarten, die, die wir am meisten sehen werden, einfach weil das die, die Monster, und zwar alle Monster auf der gegnerischen Seite, ähm, ja, zerstört. Ja, es gab, es gibt so ein paar Karten, die sind richtig böse. Also, Raigeki, wobei man auch sagen muss, äh, es gibt die Karte Anti-Raigeki, die wiederum schickt nämlich dann das Raigeki zum Urheber zurück, was tut dann schon richtig weh. Also, es gibt unheimlich viele Karten bei Yu-Gi-Oh. Oh ja, das ist, ähm, Pulver. Ähm, naja, es ist, es ist ja kein... Mh, naja, wenn ich jetzt sage, das ist ein Cheat, ich bin nicht sicher, als was die, ähm, die, also die Pocket Station, ob sie als Cheat-Modul gilt. Ich vermute mal, ja, also eigentlich schon. Also, ich würde mal behaupten, die zählt als Cheat. Weil du, du implizierst ja, äh, die, die Karten rein in das, in das Spiel, beziehungsweise du gibst dir ja die Karten, die du, die du haben möchtest. Okay, es ist halt über bestimmte, äh, über bestimmtes Code-Tralala-Pipapook gestalten und sagst, äh, ich will diese und diese Karten und dann werden die halt für dein Deck freigeschaltet. Also, es ist schon ein gewisser Cheat, aber ich sag mal, wenn die Speedrunning-Community das ansieht, dass man das so machen darf, dann ist das für den Speedrunner auch okay. Es gibt ja auch Leute, die ohne die Pocket Station spielen. Ich weiß nur leider nicht, wie sie es machen, aber, ähm, es steht immer, im Liederboot steht es halt dabei, ob sie mit oder ohne Pocket Station spielen. Okay, dieses Spiel ohne Pocket Station, also ohne, dass du dir dein Deck zusammenstellen kannst, wie du willst, okay. Wie gesagt, frag mich nicht, wie sie es machen, aber... Ich verstehe es auch, ich glaube, ich würde es gar nicht wissen, weil sonst bin ich nur noch deprimiert, weil ich mich dann noch beschissener fühle. Aber, ähm, wie, wie Möck schon sagt, wir spielen ja New Game Plus und, ähm, es ist ja, die Karten sind ja schon, schon frei gespielt. Und die Pocket Station ist offizielles Sony, äh, Peripherie. Das eine hat mit dem anderen ziemlich wenig zu tun, äh, zu tun, Entschuldigung, äh, es gab für irgendeine andere Konsole, gab es auch ein bestimmtes Peripheriegerät, aber du hast mit dem Teil einfach trotzdem Cheats ausgelöst und trotzdem war es offiziell von demjenigen, von dem die Konsole ist. Da ging es einfach nur darum, äh, die haben sich einfach mal gedacht, ja, hier, wenn du dir, wenn du das Spiel einmal komplett normal durchgespielt hast, dann trollst du jetzt mal das Spiel und nicht mehr das Spiel dich, also hier, ne, gib Gummi. Die Pocket Station ging auch nur für relativ wenige, ähm, Spiele, weil ihr sagt, Yogi O war halt eben eins davon. Das wiederum ist jetzt sehr interessant, das wusste ich gar nicht. Wie gesagt, es ist irgendwo in Japan rausgekommen, aber, ähm, Murchi hat auch gesagt, es ist jetzt auch nicht so teuer, sich eins zu besorgen, er hat sogar zwei davon. Und ich glaube, er hat mir gesagt, es hat für beide irgendwie insgesamt, ich glaube, 25 Dollar oder so bezahlt. Also, es ist schon, ja, bezahlbar. Ja, das ist, das ist wirklich durchaus ein Preis, wo ich sag, ist vollkommen okay. Und für das, was es kann, ist das schon ziemlich okay. Auf jeden Fall. Besonders, normalerweise kennt man es ja so, dass diese alte Hardware normalerweise so richtig, richtig, richtig teuer ist. Und 25 Euro, also es geht locker klar. Ähm, warte mal kurz, ich weiß nicht, mit Pocket Station gleich die Karten zu haben, ist das, ist das doch easy. Hat er auch schon ohne Pocket Station geschafft, also die Karten am Anfang zu haben. Ähm, die Pocket Station sorgt nicht dafür, dass er im Duell die Karten bekommt, die er haben will, sondern er impliziert einfach nur in sein Deck hinein die Karten, die er, die er haben möchte. Das, das macht er. Wie gesagt, nicht in New Game Plus, da hat er sie schon, sondern, ähm, halt für das normale Any Present. Wie gesagt, das ist der, der Sinn der Sache. Ja, das würde dann anscheinend entweder von uns falsch kommuniziert oder von euch falsch verstanden. Äh, es ist jetzt nicht so, dass er jetzt, keine Ahnung, er würde einen Code eingeben, nenne ich das jetzt mal, äh, und dann würde dann dabei rauskommen, ja, du kriegst jetzt in der und der Abfolge diese und diese Karten. Es geht einfach nur darum, er hat sich Karten freigeschaltet und hat sich dann dadurch sein Deck zusammengestellt. Also, welche Karten, wann kommen, ist immer noch, äh, RNG. Genau. Wie gesagt, es ist halt der Teil, den wir nicht gesehen haben, ähm, ist halt einfach das Setup mit der Pocket Station. Den haben, deswegen spielen wir, ähm, halt New Game Plus, weil wir dann eben diese 10 Minuten Setup nicht haben, wie Endless Runs, weil das wäre nämlich etwas langweiliger gewesen. Ja, das wird, das hätte sich dann ein bisschen gezogen, bis wir mal ein bisschen Action gesehen hätten, auf jeden Fall. Äh, und wie Ted ja gerade gesagt hat, Darth Vader, ähm, er schiebt sich nicht die Karten während des Duells, sondern, ähm, er hat sie sich halt quasi vorher ins Deck gepackt. Ähm, aber, äh, das, äh, kleiner Funfact noch zu der PC-Version. Es gab die Möglichkeit, halt normal per LAN-Multiplayer zu zocken, aber mit dem Programm Game Ranger gibt es auch heute noch, und die Community ist immer noch sehr, sehr, sehr aktiv, gibt es die Möglichkeit, dass man da online gegen Gegner zockt. Und zwar dieses, äh, Yu-Gi-Oh! PC-Game. Das ist so ein Hammer. Ich hab damit so viele Stunden verbracht. Ja, dieses, dieses Online-Spiel, da hat, ähm, Drogi ein, äh, ein Weltrekord in, ähm, in einer quasi nicht offiziellen Kategorie, die er selber erfunden hat. Ähm, und zwar fünf, fünf Siege in Folge. Es war ganz, ich glaub, unter 30 Minuten hat das gemacht. Ich war dabei, es war super lustig. War das bei, äh, bei dem, äh, PC-Teil davon, oder war das jetzt bei, äh, 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 einem anderen Teil? Das, das, das Online, das Online-Spiel von Yu-Gi-Oh! Also, die Version, die ich halt meine, da musste man halt tricksen. Da gab's keinen offiziellen, ähm, Online-Modus. Den gab's offiziell nicht. Du musstest halt über das Programm GameRanger gehen. Und über das Programm GameRanger, ich hatte es dann, also es war eigentlich gar kein, äh, Online-Modus dafür geplant. Und es gibt auch keinen Online-Modus dafür. Ähm, kann ich also grad kurz erklären, wie das mit GameRanger funktioniert? Oder kommt gleich was Wichtiges? Ich bin mir nicht sicher. Wir befinden uns, ähm, halt immer noch, äh, jetzt, also wieder, also wieder zurück in Ägypten. Und wir duellieren uns. Und Darth Vader, es geht immer noch nicht darum, dass er sich in diesem Spiel jetzt die Karten erspielt, sondern es geht darum, den Story-Modus zu wenden. Ähm, und wir sind, wenn du sehen möchtest, wie er sich alle Karten erspielt, schauen wir seinen, ähm, 100%-Run an, der 96 Stunden geht. Viel Spaß dabei! Geht nur, es sind ja nur drei Tage. Okay, jetzt darfst du erzählen. Dankeschön. Ähm, und zwar war das mit GameRanger folgendes. Wie gesagt, es war ja nur ein, äh, LAN-Modus vorgesehen. GameRanger ist einfach ein Programm, das hingeht und dem Spiel selbst vorgaukelt, dass man zu einem PC, der irgendwo online steht, eine direkte LAN-Verbindung hat. Dieses Programm geht halt hin und spielt das dem Spiel dann in diesem Fall einfach nur vor. Und deswegen war es dann möglich, äh, dass man dann online gegen Gegner spielen konnte. Und wie gesagt, äh, Darth Vader, er hat sich die, oh, die Lichtschwerte. Ups. Ich glaub, das ist grad für den Speedrun nicht so gut. Weil das heißt nämlich, er darf jetzt drei Züge lang nix machen. Das ist tatsächlich jetzt super, super schlechtes R&D. Ähm, tatsächlich passiert ihm das sicherlich nicht allzu oft. Okay. Das ist jetzt grad echt mad. Ja, aber sonst schafft es ja immer, meistens in zwei bis drei Zügen, dem Gegner platt zu machen. Aber Lichtschwerte ist natürlich so ziemlich das Ungünstigste, was ihm passieren kann. Ja, der Mann hat er die ganze Zeit gesehen, er hat die ganze Zeit einfach ein paar Karten gelegt. Und auf einmal, BAM! Und jetzt grad die Lichtschwerte, oh, das sackt. Das ist so böse, ey. Wie gesagt, er muss jetzt drei Züge warten, bevor er... LOL! Er hat gewonnen, ohne irgendwie irgendetwas getan zu haben, außer Karten zu legen. Wow, lol, nice. Das Skill. Auf jeden Fall, das Skill, wow. Das ist echt übel gerade gewesen. Oh, witzig. So, guck mal, was so ein Chat so abgeht. Äh, hallo zusammen, kann man das Game auch auf der PS3 spielen? Äh, ich möchte behaupten, nein. Also, soweit ich weiß, gibt es wohl auch eine PS3-Portierung dafür. Ah, dann, ähm, äh, gibt's das dann in, ähm, Playstation Network, also im Shop von Playstation? Ich vermute mal, ja. Okay. Muss ich unbedingt gucken, ich will das haben. Muss ich unbedingt gucken, also wenn's das gibt, kauf ich's mir. Also, ich hab auf jeden Fall alle drei Playstation-Teile aufgeschrieben, was die Portierung angeht. Also, vermute ich mal, dass es dann durch den Shop funktioniert. Ähm, würd ich auch sagen. Übrigens, wir spielen hier, wieder auf der PS2 wie unten auch eingeblendet, was wieder an der, wie immer, schnelleren Ladezeit, ähm, der Disc liegt. Ähm, deswegen den wenigsten, also ich glaub, kein PS1-Spiel wird auf der PS1 gerannt, sondern halt immer auf der PS2. Also, Carsten, 5018, schau mal beim Playstation-Store vorbei und gib da einfach mal ein Yu-Gi-Oh! Ähm, wenn es das gibt, wirst du dafür nicht werden. Ähm, okay, äh, ich kann die Info gleich on the fly liefern, weil meine Freundin hat gesagt, ich möchte dieses Spiel. Nun wird die PS3 angeschaltet. Übrigens. Ähm, was wir jetzt gerade sehen, ähm, wir können ganz gut, äh, kennen, wir kämpfen jetzt gegen, gegen Magier. Und es sind jeweils zwei für bestimmte, ähm, Elemente. Wir befinden uns jetzt schon beim dritten Magier. Ähm, das ist jetzt der, der Wald, die Waldmagier. Und man kann es erkennen, ähm, am, ähm, am Boden von der, von der Arena quasi, weil der ist jetzt der Grün. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, war das bei dem Spiel so, dass bestimmte, äh, dass bestimmte Karten einen Boost bekommen haben, je nachdem auf welchem Boden. Ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, ob, ähm, der Feldbonus für das Spiel relevant war. Ich weiß, dass es im, im Anime so war, aber ich kann dir jetzt gerade nicht mehr sagen, ob es im Spiel so vorgesehen ist. Ich weiß es auch nicht mehr, das ist, das ist echt schade. Ich weiß es echt nicht. Im Anime war es halt so, je nachdem, je nachdem auf welchem Feld, in welcher Arena man war, hatte man einen gewissen Feldbonus. Ich meine, okay, es ist jetzt hierfür eigentlich ziemlich irrelevant. Aber, äh, zum Beispiel war es dann so, wenn du eine Graslandschaft um dich rum hast, oder eine Waldlandschaft, da haben dann zum Beispiel solche, äh, Käferkarten, haben dann einen ziemlich, ziemlich, ziemlich üblen Bonus, äh, bekommen. Ja, im Spiel war der Feldbonus auch aktiv, je nachdem, was gelegt wurde, gelegt wurde, ist, als Feld. Okay, plus, mit plus 500 circa, okay. Jetzt müssen wir es, Frage beantwortet, ja, es gibt den Feldbonus in dem Spiel. Ich verstehe nicht, wie die Yu-Gi-Oh-Regeln vom Spiel funktionieren. Ähm, prinzipiell ähnlich, äh, wie normal, nur mit dem Unterschied, dass man, ähm, jeweils nur eine einzige. Karte pro Zug legen kann, und, ähm, dass man ohne spezielle Fusionskarten einfach Fusionskarten durchführen kann. Davon abgesehen gibt es weitaus weniger Fallen-Zauberkarten, als es Monster gibt. Und man hat halt einfach 8000 Lebenspunkte. Ja, das auch noch. Ja, wie gesagt, das war halt für die, für die Spiele halt eigentlich, äh, der wege Fall. Ja, weil es einfach so ist, äh, ich meine, wenn ihr Anime gesehen habt, der hat gesehen, hier kontert, da kontert, bumm, kontert, ich konnte alles kontern. Das funktioniert logischerweise bei den PC-Spielen nicht so gut. Deswegen haben sie dann einfach gesagt, äh, hier, Lebenspunkte anheben, for the win, und dann funktioniert das schon. Ähm, genau, und man muss nichts opfern, das ist richtig. Genau, richtig, man muss auch nichts opfern. Das ist alles halt ein kleines bisschen einfacher gehalten, damit das mit der, äh, damit das mit der Portierung auf Konsolen, beziehungsweise allgemein auf Spielen besser funktioniert hat. Wie gesagt, bei der PC-Version gab's das mit dem Opfern und so weiter und so fort. Und da waren die Regeln auch so ziemlich fast genauso, also nicht bis ins ganz, jeder Detail, aber von Grund und Prinzip ja genauso wie im, äh, Anime. Weiß einer, wie viele Punkte im realen Trading Card Game beide Spiele normal haben? Hm, unterschiedlich. Als ich damals mit meiner Schwester mal gespielt hab, wir haben uns auch immer auf 8000, ähm, geeinigt. Du kannst es aber auch, wie gesagt, wie im Anime-Handhaben, dass du dann halt mit 4000 Punkten spielst, oder mit zwei, ähm, das wäre halt auch möglich. Aber ich glaube, ähm, wie Möb sagt, dass man halt da auch eher mit 8 spielt. Ich weiß halt nicht, wie es in der Competitive-Szene aussieht, da kenne ich mich jetzt ganz ehrlich gar keinen Millimeter aus. Kann auch sein, dass die es wirklich Hardcore-Modus spielen und sagen 4000 Lebenspunkte, das weiß ich jetzt wirklich nicht. Kann man die Karten hier auch schräg stellen? Ja, man kann in den Verteidigungsmodus gehen mit den Karten. Das sieht man halt bei ihm nicht wirklich, aber dafür sehr oft bei seinem Gegner. Äh, ja. Es gibt auch, ähm, Gegner, die eigentlich zu 99% mit, ähm, einer Verteidigung anfangen. So wie man eigentlich normalerweise immer anfangen würde. Nur wenn du halt immer Karten hast, dann denkst du dir einfach so, ha 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 ha. Und dann gibst du halt von Anfang an Vollgas einfach, fertig, YOLO. Also, es fühlt sich so, wie viele Leute sehen, wie viele Chess 3. Yo, Neglaria, explay, was Chess 3 ist. Oh Gott, die lachen bestimmt im Original-Stream alle auf den... Und auf einmal gucken alle auf den... Ha 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 ha. Gemein. Ja gut, ESA, äh, ESA kann einen schon wegrippen, also da können einige von uns echt ein Lied von singen. Ich mein, der hat Rune Po die Nacht durchgemacht, also... Ja, ich geh mal von aus. Ich kann mich nicht verübeln. Nee, nicht wirklich. Die Nacht war wirklich hart, besonders einmal Setup Time of Doom. Das war schon sehr, sehr übel. Auf Turnieren wird mit 8000, äh, Punkten gespielt. Einfach aus dem Grund, weil es einfach zu viel Action und zu viele Change gibt, die sofort losgelassen werden und man schon nach den ersten vier... Ach, nach den ersten drei Zügen 4K abgezogen werden könnte. So, im PS3-Stual sieht Rose nur Yu-Gi-Oh! Millennium Stuals und Yu-Gi-Oh! 5 DS Tag Force 5. Okay, interessant. Ich würde mir gerne mal so ein Real-Life-Yu-Gi-Oh! Turnier angucken. Ist bestimmt mega spannend. Auf jeden Fall. Obwohl, ich muss sagen, ich würde mich auf eine Competitive-Szene beschränken, die mit den Ur-Karten arbeitet. Weil sonst würde ich, sonst würde ich, ganz ehrlich, ich würde das nicht mehr hinterher kommen. Ja gut, das ist natürlich richtig. Weil, wenn ich mir halt nur die Competitive-Szene angucke, die mit den Original-Karten spielt, dann komme ich wenigstens doch bei den Zügen hinterher. Warum, wieso, weshalb, warum? Aber mit allen Karten zum Beispiel, ich würde nichts mehr auf die Kette kriegen. Wirklich gar nicht mehr. Mich war halt... Echsener merkt auch gerade an, dass halt die Decks auch ultra teuer sind, wenn du da so ein gutes hast. Also wir haben... Es gab ja damals solche Booster-Packs. Und das Ding war halt, wenn du Pech hattest, dann hattest du einfach mal fünf komplette schlechte Karten drin. Das bringe ich mich jetzt mal aus. Und wenn du halt Glück hattest, hattest du wenigstens mal eine gute dabei. Zu was ich halt später übergegangen bin, war, dass ich mir Karten bei Ebay gekauft habe. Da hast du dann halt mal für eine Karte so 10, 20 Euro gelatzt. Zum Beispiel für, ähm... Verdammt, verdammt, verdammt. Nicht den magischen Zylinder. Äh, die Karte, die die Attacke zurückwirft auf das gegnerische Monster. Spiegelrand oder so? Nee, nee, das war, äh... Das war Spiegelbild. Verdammt, verdammt. Äh, ich muss mal kurz was abklären, Moment. Also gib mir mal grad einen Moment, meine Freundin ist grad, äh, mein Deck am Suchen, das ich habe. Haha, das ist dein Deck, Schatz, ihr seid. Entschuldigung, das war jetzt grad zu viel Off-Topic. So, genau, in der Deckbox, das ist meins. So, magischer Zylinder, jetzt habe ich's. Diese Karte ist es. Äh, die Karte hat damals bei Ebay, knallhattet, 20 Euro gekostet. Okay, ja gut, so krass war ich dann nicht. Na doch, ich war, ja, ich wollte unbedingt, ich wollte unbedingt diese Karte. Und die Karte, mit der wir, äh, wir beide das fast verwechselten, war Spiegelkraft, so heißt die Karte im Übrigen. Ah, Spiegelkraft, okay. Ja, die Karte habe ich nämlich auch in meinem Deck drin. Und falls es irgendeiner auf die Idee kommt, ja, los muss man zucken, ey, äh, schlecht die Idee, ich bin nicht sonderlich gut. Ich kann zwar von der Theorie her, mir takt, mir taktiken auszutüfteln, aber irgendwie, keine Ahnung, wenn's dann ums Richtige geht, find ich irgendwie nicht so arg, äh, kompetitifähig, sagen wir mal. Ähm, spieltechnisch sind wir jetzt übrigens, wir bekämpfen immer noch in Ägypten die, die Magier. Wir sind inzwischen aber bei den, ähm, Wiesen-Magiern angekommen, das sind zwei, immer noch. Und die letzte Magier ist jedoch nur einer, das ist der, der Labyrinth-Magier. Und dann müssen wir quasi nur noch die, die Final Six besiegen. Hier kann ich tatsächlich sagen nur, aber ihr wisst, dass, wenn ihr das Spiel kennt, ihr wisst, dass es grausam ist. Und ich beleide jeden, der das, der das durchgeschafft hat. Und zwar ohne Pocket Station. Und zwar ganz normal. Ähm, Rose hat Recht, Mond. Die Spiegelkraftkarte heißt im Anime Macht des Spiels. Da hat Rose Recht. Und, ja, jeder, der dieses Spiel ganz normal durchgespielt hat, der hat meinen allergrößten Respekt. Weil, das ist so hart. Es ist so hart. Ich meine, klar, jetzt sieht das Ganze hier ziemlich, äh, wie soll ich das sagen, easy peasy aus. Aber, ähm, wenn man es normal durchspürt, nein. Überhaupt nicht easy peasy, nein. Ähm, es gibt ja auch für, für den Run, die Regen sind immer recht, recht klar, ähm, festgelegt. Das heißt zum Beispiel, was die Pocket Station angeht, sie darf benutzt werden, ja. Ähm, allerdings darf man sowohl den, äh, sowohl das, ich weiß gar nicht, das ist ein Dark Magician Ritual, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, das kann man nicht benutzen. Und den schwarzen Magier des Chaos, der ist auch, ähm, verboten. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nur, dass es in den Regeln steht. Okay, das ist interessant, hätte ich gesagt. Ja, und dass man, dass das Deck nur aus, ähm, Karten bestehen darf, die man, ähm, also die überhaupt zu erreichen sind, die vom Spiel vorgesehen sind. Also dass man keine anderen Karten als das Spiel eigentlich, ähm, vorgesehen hat, nutzt. Oder die man halt, ähm, offiziell dort gekauft hat. Also es gibt halt auch ein paar Karten, die, die es nicht gibt, ähm, und die sind halt verboten. Genauso wie Karten, die irgendwie eine Million Starships im Spiel kosten. Ähm, ja. Das heißt, also da ist halt auch davon auszugehen, dass du sie nicht so korrekt erworben hast, wie das Spiel es gedacht hat. Und deswegen sind sie auch verboten. Ähm, das ist genauso wie in der normalen Competitor-Szene, da sind ganz bestimmte Karten auch verboten. Beziehungsweise, du darfst zum Beispiel Wiedergeburt nur einmal in deinem, äh, in deinem Deck haben und so Sachen. Also, da sind teilweise Regeln schon ganz viel böse. Ähm, we can just face Haishin in his own shrine, that he took over. So now he leaves us there, but before we can actually reach Haishin at all, we have to get those... So, und jetzt sind wir quasi in den, ähm, Ruinen, das ist jetzt das Gebiet. Und jetzt kämpfen wir gegen die Final Six. Ich kann dir nachher auch genau sagen, äh, wie weit ich es geschafft habe im Spiel damals. Ähm, und wo ich es dann, oder was, was mein Rekord quasi liegt dabei. Ähm, ich möchte übrigens anmerken, dass die, ähm, Musik sehr schön ist im Spiel. Die ist halt, die klingt halt doch sehr episch und die ist auch angepasst halt an die, an die jeweilige Umgebung. Gerade was dieses Ägypten-Flair angeht, ähm, mit den, mit den Gräbern und so. Ähm, das ist ziemlich cool gemacht. Also, musiktechnisch ist es wirklich gut. Und wie gesagt, storytechnisch, dafür, dass es, dass es ja vor allem um das Kartenspiel geht, ähm, ist die Story tatsächlich ganz gut. Ähm, wir kriegen hier leider, ähm, ja, nicht so viel mit. Ich mein, es ist ja auch auf Japanisch. Und es ist ein Speedrunner, kriegt man von der Story allgemein nur ziemlich wenig mit. Topf der Gier, echt? Ja, manchmal wird dann auch mal eine Karte gespielt, die man nicht so erwartet. Man konnte übrigens gerade sehen, ähm, dass da, ähm, Zauberkarten miteinander kombiniert wurden. Okay, Brain. Brain ist blown bei mir. Ein bisschen wahr. Dinge, die funktionieren, ne? Ja, man nimmt, man nimmt es am besten einfach hin, ohne sich mehr Gedanken zu machen, sonst stirbt man wahrscheinlich dran. Also, man sieht ja auch, was die für Karten auf einmal direkt von Anfang an hochfahren, also die Gegner. Und da kann man sich vorstellen, wenn man jetzt nicht gerade so Imba-Karten hätte, wie jetzt der Runner, dann, hm, würde das nicht so gut funktionieren. Also, ich kann verstehen, dass das vielleicht jetzt nicht jedermanns Sache ist, weil, ja, wir kämpfen halt und wir besiegen halt jeden in zwei bis drei Zügen. Aber ich find's halt schön, dass es auch mal ein Spiel wie Yu-Gi-Oh! oder generell ein Trading Card Game in einen Marathon geschafft hat, weil das sieht man eben auch nicht, ähm, nicht allzu oft. Genauso wie wir Tekken gesehen haben. Und ich mein, da haben wir auch im Prinzip, ähm, nicht viel mehr gesehen, als halt immer die Kämpfe. Es ist halt ein Beat'em'up und genau so muss man hier sagen, es ist halt ein Trading Card Game. Also sollten wir auch nicht so viel mehr erwarten als, naja, Card Spiel. Rose hat übrigens die Frage gestellt, hat man eigentlich eine Runde verschwendet, wenn man eine Fusion macht, die es nicht gibt? Äh, tatsächlich, ja. Ähm, wenn du, wenn du versuchst, Karten zu kombinieren, ähm, die nicht zu kombinieren sind im Spiel, dann verschwindet einfach die, ähm, erste Karte. Also, du kombinierst quasi die erste mit der zweiten Karte und dann, ähm, kombiniert sich das nicht so, und die erste Karte fällt weg. Und dann hast du sie halt wirklich, ähm, verschwendet. Die erste Karte ist tot, sie ist gestorben, weil du falsch fusionieren wolltest. Ja. Einfach um irgendeine Begründung einfach aufzuführen. Ja, im Chat wird sich auch gerade über die Kompetenz-Szene von dem Yoga groß unterhalten. Finde ich cool, finde ich ehrlich cool. Bleibt ja beim nächsten Run da sitzen und schläft. Ich habe keine Ahnung, was die mit dem Mann tun werden. Ähm, D&D, Nobody, ja, ich, ich kenne das Gefühl. Es ist, es ist beeindruckend, Runs zu sehen und sich zu denken, warum habe ich das nie geschafft, aber mit Pokestation hätte ich es auch geschafft, weiß ich so. Aber ich weiß halt auch von den, von den Runnern, dass, die schaffen es eben auch so und das ist mehr als beeindruckend. Also, bei mir war es ja so, ich hab, äh, wie war das schnell? Äh, und zwar hab ich mir noch, bevor es, äh, bevor ich was in AGTQ überhaupt wusste, hab ich mir einen Speedrun zu, äh, Legend of Zelda Ocarina of Time angesehen, weil ein Kollege gesagt hat, ja, guck mal hier, der spielt das in so und so einer Zeit durch. Ich so, ne, niemals im Leben. Ich guck mir den Speedrun an, ich war tagelang nur die Premiere, ich hab mir so gedacht, wow, das gibt's gar nicht. Exil, Jona, ähm, sagt gerade RIP-WR, das ist korrekt, ja. Der WR liegt bei 38 Minuten und 32 Sekunden. Also, da sind wir drüber. Halt, da sind wir jetzt schon so ein ganz kleines bisschen drüber, auf jeden Fall. Der wird einfach zur Seite gelegt, Tai-Tai. Boah, Darth Vader, wie gemein. Äh, ich bin nachher bei den neuen, äh, bei den neuen, äh, Editionen und Generationen bin ich irgendwann auch nicht mehr hinterhergestiegen, Exil, Jona. Bin ich einfach nicht mehr hinterhergestiegen, was jetzt abgeht. Bye-bye, Tai-Tai und Becky und auch den Zuschauern wünsche euch noch eine schöne Rest. Esa, dankeschön und ciao, ciao, rett rüh. Ähm, Mölk hat gerade erzählt, was man, ähm, jetzt gesehen hat, wo er da kurz pausiert hat bei, ähm, Seto. Ähm, da kann man entscheiden, ob man die Millenniums-Gegenstände zerstören möchte, die man alle jetzt gesammelt hat, oder, ähm, ob man einfach weggeht. Und, ähm, ja. Alles was er hat. Und er hat sich jetzt halt entschieden. Ich kann dir leider jetzt nicht sagen, für was er sich entschieden hat. Tut mir leid, ich kann's auch nicht sagen, sorry. Ach, wie süüss, oh, wie cute, wie geil. Die Decken dehnen mal noch schön zu, boah, wie geil. Nice. Wenigstens hat er, wenigstens hat er ne Sondebrille auf, da sieht's wenigstens so aus, als ob das voll intended und voll absichtlich von ihm wäre und er total dabei wäre bei dem Spiel. Aber das ist grad echt gut, legt ihn eine Decke über den. Oh, hier ist alles cool, hier ist alles toll. Ähm, Kylan, da könntest du sogar recht haben, ähm, dass das Spiel zu Ende ist, wenn du dich dazu entschließt, einfach zu gehen. Wie gesagt, es geht ja darum, dass wir weiterspielen. Und, ähm, Haishin ist jetzt unser Gegner. Und, ähm, wie Merchi gerade gesagt hat, das ist auch der Einzige, der alle, ähm, verfügbaren, Zauberkarten im Spiel hat. Rummel für den schlafenden Mann auf der Couch. RummEL! Ja, ich denke, es ist so, wie Becky gesagt hat, der wird wahrscheinlich schon ewig und drei Tage wach sein und irgendwann ist halt mal Feierabend. Ja, da wird gerade... Ich bin nicht sicher, ob das jetzt... Ähm, ne, echt die japanische Donation ist hier vorgelegt, die ich vorhin liest. Ich guck mal gerade einen Donation-Tracker, gib mir einen Moment. Äh, ein japanischer Mann heißt auf jeden Fall mal gute Person. Ich kann halt nur noch nicht, äh... Ha, die Nachricht einlesen kann ich gerade nicht machen, sorry. Ah, okay, der Ramster klärt gerade auf, ähm, das Spiel wäre nicht vorbei, man hätte dort keine Wahl im Endeffekt gehabt, ähm, er hätte zerstören klicken müssen, und dann kam der Magier immer dazwischen. Okay, also spielt es letztendlich keine Rolle, was man, was man wählt. Okay, das ist interessant. Äh, ich behalte auf jeden Fall den, äh, Donation-Tracker im Auge, und sobald das kommend freigeschalten ist, wenn es überhaupt freigeschalten wird, äh, werde ich es auf jeden Fall mir mal angucken. Ja, einfach auch Exodia hat, ja... Einfach weil es geht. Es gab ja, ähm, es gab hier ja, ähm, ein Incentive für, ähm, Besiege einen der Gegner da mit Exodia, aber wann haben sie leider nicht gematcht. Schade, das wäre, das wäre witzig geworden. Wäre zwar für den Speedrun ein bisschen Overkill gewesen, aber das wäre so witzig geworden. Und Merp sagt doch gerade, also er meinte, goddammit, it's a Japanese donation. Ja, die lief ja gerade eben auch durch, ähm, in dem Donation-Banner da quasi unten lang. Ähm, also ich, ich, ich glaube schon, dass sie legit war. Ähm, wie gesagt, sobald, sobald da, ähm, die Nachricht frei ist, guck ich mal. Ja, und dann kopiere ich dir gegebenenfalls mal in den Chat rein, damit es sich jeder angucken kann. Und man sieht jetzt auch bei diesem Gegner, da ist ein bisschen mehr Action angesagt. Okay, warum hat er jetzt nicht Regeki benutzt und alle gegnerischen Monster wären weg? Das ist jetzt strange, das verstehe ich jetzt nicht. Ich bin ja generell nicht sicher, was er da macht. Ich, ich bin's, äh, jetzt gerade am Verfolgen und ich, also ich verstehe seine Taktik auf jeden Fall mal nicht. Ich komme da jetzt gerade wirklich nicht hinterher. Okay. Ähm. Er beschwört doch Exodia. Wir haben, wir haben das in Zelted nicht gematcht. Ach nein. Hä? Er hat ja, hat ja diese, die Exodia-Teile da bei sich gehabt. Aber er hat das nur die Motto gespielt? Aha. Was zum... Ich bin halt, ähm, halt auch gerade etwas verwirrt. Weil ich bin jetzt eigentlich auch erst davon ausgegangen, dass er Exodia beschwört. Ich guck mal. Hä? Was? Warum? Dana, was tust du uns an? Ich komme, nee, ich verstehe das wirklich gerade überhaupt nicht. Weil er hätte eben locker, äh, Raigeki machen können. Weil Anti-Raigeki, muss man sagen, ist eine Fallenkarte. Da hätte er locker Raigeki machen können und hätte das Ganze hier beenden können. Aber was er jetzt gerade tut, ist mir zu viel. Hm, ähm, okay. Ja, this is Exodia, this is your name. Okay, tatsächlich, er hat, ähm, einfach nur immer Karten, ähm, weggeworfen, ähm, weil er tatsächlich mit Exodia, ähm, beschwören wollte. Finde ich cool, dass wir, ähm, das trotzdem sehen. Exodia! Ähm, sagt, trotz des nicht gematchten Incentives. Wobei das aber nicht ganz so weit weg war, wie diverse andere Incentives, die wir, ähm, nicht erreicht haben, nicht erreicht haben. Vielleicht liegt es einfach daran, dass sie gesagt, okay, dann mach halt trotzdem. Und wie gesagt, weil mein Chat hat mich gefragt, ob ich es tun soll, und ich muss es tun soll. Exodia! Wie viele von euch im Chat haben Exodia in diesem Spiel schon mal gesehen? Ich nicht. Also ich bis jetzt noch überhaupt nicht. Get ready on time, by the way. Das ist schon sehr übel. Okay, und time. Sehr fern, wie you win screen. Und ich hab's bis zum, ähm, also bis zu Seto davor, äh, bis dahin hab ich's geschafft, einmal. Den hab ich nicht mehr besiegt. Ich glaub, so weit bin ich nicht mal gekommen, wie ich gesagt. Ach, keine Ahnung, tausend gefühlt versuchen, ähm, war ich's, hab ich zumindest vier, glaub ich, von denen besiegt, und war dann nachher nochmal bei Seto, und da hab ich dann, das, da hab ich dann schon richtig, richtig abgekotzt, weil ich dachte, so nicht schon wieder Seto. Und, ja, der hat mich einfach nur fertig gemacht. Irgendwann kriegst du Albträume, wa? Ein wenig, ja, und wie gesagt, dann hab ich's auch irgendwann nicht mehr, nicht mehr versucht, weil es ist halt einfach zu frustrierend, weil ich wusste, ich hab überhaupt keine Chance. Exodia's Smack-Timer-Kill-Rummel! Wie gut. Nice. Und halli, hallo. Moin, Weser! So, das war Yu-Gi-Oh! Ich habe dieses Spiel gehasst. Voll scheiße. Oh! Ja, man hat's aber auch nur gehasst, wenn man's einfach nicht hinbekommen hat, da irgendwann mal durchzukommen. Das ist richtig. So als sticknormaler Casual, deswegen hat man das Spiel einfach gehasst, bis zum Tod. Mistens. Aber, war ein schöner Run, war wirklich mal. Oh Gott! Der, der da geschlafen hat, der ist jetzt nicht, dass die Klatsche wach geworden sind. Du guckst dich so um, wie ich spiele rum. Die Klatschen? Hoch, komm, ich mach mal so mit. Holland, it's time to doodoo 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 doodoo! Act like nothing happened. Wow, wie gut. Super. Einfach nur, wie gut. Das ist echt cool gewesen gerade.